Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Nur ein kleiner Tritt daneben und schon ist es passiert. Man fällt hin und gerade im Alter bricht man sich schnell ein Knochen. Oft kommt es zu einem Oberschenkelhalsbruch. Und weil der Mensch im Alter eine besondere Versorgung braucht, arbeiten Chirurgen und Geriater inzwischen eng zusammen, um sie dann auch wieder gesund zu machen. So fordert es auch das deutsche Gesetz und Asklepios erfüllt dabei die höchsten gesetzten Standards. Bei mir ist Dr. Jochen Gerke, er ist Chefarzt der Geriatrie an der Asklepios Klinik Nord-Heidberg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Gerke. Dankeschön. Oberschenkelhalsbruch, was genau passiert da eigentlich? Eigentlich bricht ja formal nur der Knochen. Ältere Menschen sind durch Osteoporose, durch andere Erkrankungen mit einem etwas instabileren Knochen leider gesegnet. Und wenn sich manchmal Patienten bei einem Sturz, manchmal auch Bagatelltraum einfach nur so anstoßen, sich in die Knochen brechen, ist es ein Notfall. Patienten muss dringend versorgt werden. Es sind häufig Bagatelltraum. Bei Jüngeren wären es die Rasantstraum mit Energie. Es sind manchmal die Kleinigkeiten, die aber große Einschritte in das Leben des Menschen machen. Ja, genau. Also eigentlich ist es ja nur ein Stückchen Knochen unterhalb der Hüfte, was da bricht, also da, wo der Oberschenkel anfängt. Aber offensichtlich ist es ja doch was anderes, ob einem das passieren würde mit 50 oder mit 85. Unbedingt. Mit 50 bräuchte man den Geriater gar nicht. Das Besondere bei den älteren Menschen ist, es bricht nicht nur der Knochen. Wir reden von 80, 85-jährigen Damen und Herren mit einer großen Multimorbidität. Die haben noch Herzerkrankungen, Nierenerkrankungen, Diabetes, Sturzerkrankungen. Eine ganze Latte von Medikamenten, manchmal 18 Tabletten, die zusammen dann in der chirurgischen Abteilung sortiert werden müssen und wir den Patienten natürlich wieder in seine häusliche Situation zurückführen müssen. Ja, genau. Also der Oberschenkelhalsbruch ist ein Notfall. Warum? Die Sterblichkeit beim Oberschenkelhalsbruch im Alter ist enorm. 30 Prozent sterben im ersten Jahr, wenn man in der Häuslichkeit stirbt, 40 Prozent in einer Pflegeeinrichtung und 50 Prozent, wenn man tatsächlich in einem Krankenhaus sich eine Hüftnahfraktur oder ein Oberschenkelhalsbruch, so nennt man das auch, zuführt. Und das ist eine Krise, ein Notfall. Das bedötigt eine besondere Behandlung. Ist ja schon klar, dass es an dem Knochen selber nicht liegt, diese hohe Sterblichkeit. Was im Einzelnen führt dazu, dass man so wahrscheinlich daran sterben kann? Viele Menschen sind grenzkompensiert im hohen Alter. Die kommen gerade noch so zurecht. Und der Sturz ist ja nicht zufällig. Manchmal ist es auch Blutdruckentgleisung. Man hat einen Schwindel, man hat eine diabetische Entgleisung, man spürt mit seinen Nerven nicht mehr den Untergrund. Man steht nachts auf, stolpert über den berühmten Flucati und dann wird man ins Krankenhaus eingeliefert. Und dann war es früher so, der Chirurg repariert den Knochen, was sie hervorragend können. Also da wüsste ich keine Abteilung von unserer Firma, wo ich nicht hingehen würde. Aber der Rest des Patienten, das ist das Entscheidende. Der Geriater schaut auf die Nebendiagnosen. Patienten mit Bluthochdruck, mit Blutgerinnungshemmenden, Medikamenten bei Vorflimmern, mit Immobilität, auch mit Schmerzmitteln, die er einbringt. Und das sortieren wir zusammen mit den Chirurgen dann, um die Patienten bestmöglich zu behandeln. Ja, genau. Also das Moderne und das Fortschrittliche ist ja, dass sowohl Chirurg als eben vor allem auch Geriater zusammenarbeiten und zwar sehr früh. Also so sind ja auch die Vorschriften, wenn man so will. Was heißt denn das praktisch? Früher konnten wir sich eine Zusammenarbeit vorstellen. Es gab ein Konsil, irgendein Arzt ist vorbeigekommen, hat seine Meinung schriftlich niedergelegt und ist wieder gegangen. Das moderne Konzept ist, der Geriater wird ganz früh, also unmittelbar nach Aufnahme ins Krankenhaus involviert in die Behandlung. Es werden Untersuchungen, Assessments gemacht, ob der Patient eine geriatrische Mitbehandlung benötigt, ob er das Alter hat und welche Probleme auftauchen. Und dann wird der Geriater sozusagen präoperativ schon involviert. Der Geriater schaut sich das Labor an, die Medikamente. Wir bei Asclepius haben Zugriff in die Akten unserer Patienten auch in anderen Häusern. Wir können in das Archiv schauen, was war in den letzten 15 Jahren vor. Sie können sich vorstellen, wenn nachts um drei Uhr an Heiligabend ein Patient eingeliefert wird, der verrät Ihnen nicht, was vor drei Jahren war oder fünf Jahren. Aber wie wissen, der hat schon mal einen Schlaganfall gehabt, der hat schon mal eine Medikamentenallergie gehabt, der hat gerinnungshemmende Medikamente, die er vielleicht gar nicht präsent hat. Und das sind die Informationen, die wir dem Chirurgen, dem Anästhesisten mitgeben, um den Patienten nicht durch andere Maßnahmen zu gefährden, sondern dass sie sich ausschließlich um den Bruch kümmern können und den Rest des Patienten. Da behandeln wir gerne mit. Das heißt also, was ich jetzt verstanden habe, ist, der Patient wird sehr schnell operiert, also ich glaube innerhalb der ersten 24 Stunden. Der Geriater ist sofort im Boot, aber ja nicht nur als so Ratgeber. Also ich habe verstanden, Assessment, man macht einen Test, ist der Patient gesundheitlich drauf, psychisch, körperlich. Aber es ist nicht nur so nach dem Motto, ich glaube, du solltest da mal, lieber Chirurg, sondern ich glaube, Sie sagen ihm auch, was zu tun ist, wenn Sie die Krankheitsbilder sehen vom Patienten. Also die Geriater kommt ja nie alleine. Wir sind ja so Teamworker. Es ist wichtig, dass der Krankengymnast, die Physiotherapeutin am OP-Tag den Patienten aus dem Bett holt. Fast-Track nennen wir das bei uns. Und dass wir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit haben. Also es gibt ganz wenige Fachdisziplinen, wo der, ich sage jetzt mal, der Geriater dem Chirurgen in die Kurve schreibt, das bitte machen. Und er macht das auch, ohne beleidigt zu sein. Das ist schon eine tolle Sache und das geht auch nur, wenn es matcht. Also wenn wir wirklich Vertrauen zu der Fachdisziplin haben und auch menschlich miteinander können. Und das kann ich für meine Kooperationspartner St. Georg, Barmbeck, Nord absolut unterschreiben und würde jedem empfehlen, wenn er sich eine Hüftnahfraktur hat, dorthin zu gehen, um mit der gemeinsamen Behandlung auch profitieren zu können. Weil es geht um viel bei den Menschen. Ja, genau. Und wenn es so um viel geht, können Sie das denn garantieren, dass diese Zusammenarbeit gleich am Anfang immer stattfindet, aus Ihrer Sicht? Also ich bin ja Sprecher der Hamburger geriatrischen Abteilung von Asclepios, dem sogenannten Anchores-Netzwerk. Und wir können garantieren, dass die geriatrische Zusammenarbeit innerhalb von 24 Stunden unmittelbar bei jedem hüftnahen Frakturpatienten auch stattfindet. Heißt das dann, dass Sie von Nordheitberg aus dann auch ins Zentrum von Hamburg fahren, in die andere Klinik, wo der Patient ja noch vielleicht orthopädisch ist? In der Tat. Und dann sehen Sie, was für ein Aufwand das ist. Wir sind in Heitberg, sind wir fünf Geriater und Geriaterinnen. Wir teilen das auf, wo wir hingehen. Wir sind aber telefonisch und auch per Akte digital immer zugeschaltet. Und das ist das Besondere. Wir schauen nicht nur einmal nach den Patienten. Wir sehen die natürlich alle persönlich. Wir sprechen mit denen. Wir sprechen mit den Angehörigen. Wir monitoren auch, wie ist der Laborverlauf? Wie ist das Röntgenbild? Das besprechen wir mit den Chirurgen. Auch wenn die Patienten in die weitere Behandlung kommen, der Fallabschluss ist nicht Ende Chirurgie, sondern wenn der Geriater vielleicht den in der Tageslinik hatte, vielleicht Wochen später erst so sagen kann, jetzt läuft der Patient wieder rund. Unser Ziel ist erreicht. Und der Chirurg vom ersten Tag und der Geriater bis zum letzten Tag sind in der gemeinsamen Behandlung bei den Patienten. Lassen Sie uns noch sprechen über das, was eigentlich den Oberschenkelhalsbruch zu einem Notfall macht. Also das, was die Sterblichkeitsrate so erhöht. Das eine ist ja zu verhindern, dass der Patient die Orientierung verliert, sage ich mal. Sie nennen das Delirprävention. Was hat es damit auf sich mit dem Delir? Ein schwieriger Begriff für den Laien. Delir ist, früher hat man gesagt, hirnorganisches Psychosyndrom oder der Patient ist hopsig, der ist anders, die Angehörigen erkennen nicht wieder. Das ist eine kognitive Leistungseinschränkung, die häufig nach Narkose, nach Operation, bei Krankenhausaufnahmen, nach Veränderung der Medikation, bei älteren Menschen auftritt. Die Patienten sind desorientiert, essen nicht, trinken nicht, arbeiten nicht mit bei der Therapie. Und das ist eine Bedrohung für den Patienten. Eines der Themen ist die frühzeitige Operation. Also wenn ein älterer Mensch drei Tage auf die OP wartet, wird er ein bisschen huschig, sagt man früher. Ja, wird er ein bisschen huschig. Deswegen ist das schon unser Versprechen, wenn nichts anderweitiges dagegen spricht, den Patienten innerhalb von 24 Stunden zu operieren. Tag und Nacht, Feiertag wie Wochenende. Das ist unsere Garantie, das erfordert auch der Gesetzgeber. Und damit kann man das Delir auch präventiv behandeln, durch die frühe Operation, aber auch durch eine gute und rechtzeitige Schmerztherapie, durch die adäquate Medikamentengabe, früh, dass der Blasenkatheter rauskommt, dass man den Tag-Nacht-Rhythmus einhält. Das ist für den Patienten auf der Intensivstation, wo wir häufig mal ein, zwei Tage da sind, schwierig, überall piept es, immer kommt einer an, guckt, der Blutdruckmesser geht und so Sachen. Da muss man den Patienten wieder einfangen. Sehr viel auch die Sozialmedizin, also die Angehörigen dürfen immer zu den Patienten. Wir machen auch Roaming-In möglich, wenn der Patient desorientiert ist und die Haltung verliert, dass vielleicht die Ehefrau oder die Kinder mit im Zimmer wohnen können. Das sind wichtige Sachen, die das Überleben garantieren oder verbessern, weil das Delir eine hohe Sterblichkeit hat. Ja, etwas anderes, was glaube ich auch sehr beeinträchtigend ist, ist, dass ja die Patienten schon eine Menge Medikamente mit ins Krankenhaus mitbringen. Das hatten Sie ja vorhin auch schon angesprochen. Schon mal sortieren. Sie nennen das Polypharmazie. Das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, oder? Also der geriatrische Medikamenten-Check, so kann man das nennen, ist eines der wichtigen Sachen, die wir bei den Patienten machen. Jeder Patient wird befragt natürlich. Die Akte wird gelesen. Die Medikamentenpläne werden mitgebracht oder auch die Angehörigen aufgefordert, die mitzubringen. Und dann muss man schon schauen, dass wir die Medikamente, die nicht wichtig sind, die unnötig sind oder schädlich sind, absetzen, auch umstellen. Jetzt muss ich mir vorstellen, Patienten im 80, 85. Lebensjahr haben viele Erkrankungen, manchmal auch viele Ärzte. Und die sprechen leider nicht immer miteinander. Den Haus, das ich sehr schätze, ist nicht immer der Lotse, den er sein sollte. Viele rennen zu den Fachärzten, dann schreibt der eine da was auf, der andere da was auf. Und manchmal sind auch die Stürze auf Folge von Medikamenteninteraktionen, die einfach verschiedene Ärzte aufgeschrieben haben, mit bestem Wissen und Gewissen, die der Patient aber nicht verträgt. Oder die Konstitution verändert sich, die Niere wird schlechter, der Patient hat wenig getrunken, er hat Fieber oder wohnt unter dem Dach bei 30 Grad und kommt in die Exekose. Das sind wichtige Sachen, die wir dann versuchen wieder zu sortieren. Ja, eine Rolle spielt ja auch das Thema Lungenentzündung. Also man, heutzutage macht man es ja schon so, am ersten Tag möglichst aufstehen, sich bewegen. Das gilt ja für jede Altersklasse, wenn man eine chirurgische Versorgung hat. Warum passiert es so schnell, dass ältere Patienten eine Lungenentzündung bekommen? Wenn sie auf dem Rücken liegen, wird 30 Prozent ihrer Lunge nicht belüftet. Die ist einfach abgeschaltet. Da sammelt sich Sekret, das Sekret enthält Bakterien, die können sich vermehren, es kommt zu einer Lungenentzündung. Man weiß eigentlich seit den 50er Jahren, aus dem Bett raus ist die beste Medizin. Leider hat sich das noch nicht durchgesetzt. Also das Schonen, ich habe mir ein Bein gebrochen, ich bleibe im Bett, ist genau falsch. Dass sie das am Operationstag den Patienten raus bewegen, sitzen ist besser als liegen, stehen ist besser als sitzen, auch Atemgymnastik, die bekommen alle so, diese Bälle pusten, die puste fixe, genau, wo sie dann immer reinpusten müssen, um einfach die Lunge zu belüften. Durch das aufrechte Sitzen oder Stehen wird die auch wieder durchblutet. Und Lungenentzündung im Alter, hohe Sterblichkeit. Das sind die kleinen Rädchen, die wir versuchen zu drehen, dass der Patient wieder in seine häusliche Situation, in die Reintegration kommt. Ob das Polypharmazie ist, frühe Mobilisation, Lungenentzündungsprävention, Medikamentencheck, das sind alles Sachen, die heutzutage zu einer guten Behandlung dazugehören. Und auch noch vielleicht danach noch mal so eine, wie nennen Sie das, so eine Frühreha machen, noch über die Gesundung des Knochen hinaus? Viele Patienten können nach einer Oberschenkel-Halsnahen Fraktur nicht direkt wieder nach Hause oder in ihre betreute Wohnsituation, sondern benötigen noch eine Frührehabilitation, das heißt Krankenhausmedizin in der Geräterie mit dem Gerdschen Team, das ist Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Psychologie, Sozialdienst, ganz wichtig, Hilfsmitteldienste, dass wir den Patienten mobilisieren, mindestens zweimal am Tag eine Therapieeinheit bekommen, dass wir die Heussituation klären, muss er Treppen gehen, hat er links oder rechts den Handlauf, braucht er einen Rollator. Das sind dann häufig so zwei, drei Wochen, die der Patient noch benötigt, um wieder nach Hause zu gehen, vielleicht sogar noch eine tageslinische Anschlussbehandlung, das gibt es auch, aber das ist so der Rahmen, wo wir denken, oder die meisten Patienten so in dem höheren Alter wieder in einer Situation bekommen, wie es vor dem Bruch war, inklusive natürlich der akuten Krankenhausbehandlung, warum ist er gefallen? Das ist ja die Sache, die der Chirurg nicht beantwortet, er sieht nur den Bruch, im engsten Sinne des Wortes, wir schauen natürlich, warum stürzt er, ist es der Flocati, ist es die Herzrhythmusstörung, ist es der Schwindel, häufig eine Medikamentennebenwirkung, eine Neuropathie, all die Sachen, die wir im Rahmen der geriatischen Frühe Rehabilitation natürlich auch noch diagnostisch weiter behandeln. Bei uns wird jeder Patient gecheckt auf seine Kognition, auf seine Emotionen, aber auch jeder Patient bekommt einen Ultraschall vom Herzen beispielsweise, um einfach zu schauen, was ist denn los mit ihm? Wie können wir helfen? Wir sind so das, was man landläufig, die allemfassend oder die ganzheitliche Medizin beinhaltet. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne, immer wieder. Und wir sehen uns wieder auf Facebook, YouTube, Instagram und LinkedIn. Bleiben Sie gesund.